Jetzt muss ich die Urkunde verlesen. Im Namen des Senats von Berlin verleihe ich Branche und Juden in Würdigung hervorragender künstlerischer Leistungen, den Ehrentitel Berliner Kammer-Sänger. Berlin, 21. Juni 2018, der Senator für Kultur und Europa, Klaus Lederer. Und jetzt darf ich Sie um Standing Ovationes bitten für den Berliner Kammer-Sänger von Julie Dury. Vielen Dank. Vielen Dank.